Wir wollten übrigens mal aufnehmen, wir kamen dazu Irmi nicht. Nee, ne? Nee? Nee, ne, nein. Du hast dich nie nach mir gemeldet nach der Nacht. Ja? Wo wir uns geschrieben haben, weinig. Gut, dass du das nochmal hinterher sagst auf Twitch. Ja, warum denken die Leute das immer falsch? Komisch, ich weiß auch nicht wieso. Verwerbslinge. Ich bin ein bisschen nervös. Ich muss ja jetzt hier Mr. More Game supporten. Der ist einfach zu Pro für mich. Geht das mit den Items? Du musst erst noch einkaufen. Ich muss erst mal irgendwie, meine Maus ist voll langsam hier. Kauf dir immer die vorgeschlagenen Items. Da. Da. Ja, da. Ich komme, ich werde dich supporten als ADC. Weißt du, du weißt schon wie Last Hitten geht und so? Also, dass du das Geld brauchst von den Last Hits? Ich mach Last Hits wie ein Profi. Alles klar, das wollte ich hören. Ich bin immer der Letzte, der kommt. Aber ich wollte nicht kurz helfen. Ich wollte mal ein bisschen auf den Frosch kloppen, wer da jetzt gleich kommt. Ich werde den Frosch vernichten. Ne, das sollste nicht. Doch meiner. Da ist doch kein Mob. Ja, der kommt jetzt. So, jetzt können wir auf die Lane gehen, komm. Drauf! Was machst du denn? Ich klopp drauf. Ja, ja, ja. Jetzt machen wir einen Highport, genau. Toll gemacht! Nein, ist nicht schlimm, kein Problem. Ich bin so schlecht. Jemand, da ist ein schicken Kind. Ja. Ich will auch ein schicken Kind sein. Leute, das war, ich wollte halt den Gegnern Vorsprung geben, weil im Nachhinein mach ich sie ja noch fertig. Aber die sollen halt wenigstens schon mal so ein bisschen Siegerfolg haben. Ich hätte dich halt heilen können mit meinen Stacks O0. Ja, aber es wäre ja Verschwendung, weißt du? Die sollen ja denken, sie können gewinnen, weißt du, was ich meine? Ach so, okay. Und dann machen wir zack und die sind tot. Taktik. Aber warst du First Blood? Ich glaube, du warst gar kein First Blood. Weil ich auch sehr gut bin. Ich habe gewartet. So, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen hier. Die werden nämlich jetzt wollen. Die sind jetzt ein bisschen höher vom Level gerade. Aua. Ja, gut Job, Kim. Ich sterbe nur. Ja, wir müssen ein bisschen defensiver spielen. Wir gehen da zu rein, zu sehr. Ja, ich mache nur das, was Scheffe sagt, Leute. Ich nix kann. Das kriegen wir hin. Wir glauben an das Herz der Karten. Einfach Q hochskillen und bei den anderen erstmal nur einen reinmachen. Ja, ich habe jetzt bei E einen reingemacht. Ich weiß, dass Q das Wichtigste ist. Das ist aber... Ja, aber ist nicht schlimm. Du musst einmal einen anderen... Hier, geh drauf! Immer drauf, 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 drauf. Ich geh doch! Du hast nein! Okay, jetzt weg! Ich kam nicht hinterher, weißt du? Ja ja, die hat uns ja auch gecaged. Die Schlampe. Ja, frech von ihr, oder? Finde ich auch. Pass auf, pass auf, die können dich halt cagen. Das ist immer gefährlich ein bisschen. Du hättest die Ws gehen müssen. Ach, die hättest die Ws gehen müssen, ne? Ist nicht schlimm. Ja, das war doof. Das machst du schon, das machst du schon. Es ist voll aufregend, wie viele Lois-Spieler hier sind. Und ich hab wenig Leben, ne? Drück mal D. Okay. Wie soll ich denn D drücken, wenn ich tot bin? D ist dein Heal. Nee, F ist mein Heal. Okay, dann ist es D. Aber er hat Absintheit. Oh Gott, ich bin verwirrt. Siehst du, du stirbst genau wie ich. Ich kam nicht mehr weg. Wir sind beide gleich gut. Das beruhigt mich. Ich hoffe, ihr seid zufrieden, Leute. Dass ihr meinen Leidensweg miterfährt. Ja, Velafik kann nichts dafür. Wie gesagt, ich spiel's nicht so oft. Das ist heute das erste Mal, dass ich wieder nach Ewigkeiten spiele. Und ja. Aber, ihr werdet morgen sehen. Morgen bin ich Pro. Leute, wenn ihr mich eingespielt habt. Hier sind die ganzen Donations, die schon längst durchgegangen sind. Das find ich lustig. Krass, ne? Kein Minecraft. Kein Minecraft und von 1.300 Zuschauern runter auf 300. Lol, hasser. Oh nein. Reicht schon, reicht schon. Wie schnell sterb ich denn hier? Ja, die machen ganz viel Schaden. Ich bin da ins den Tod. Wow. Ich kann auch... Da können so Noobs wie ich auch nicht reagieren. Das ist nicht schlimm. Machen wir schon. Scheiße, das war daneben. Oh, frisch gehofft HD. Das ist aber nett, dass du das sagst. Hey! Eines Todmann von den Kriegnern. So ein Noob! Aber der kommt wieder. Das ist das Problem. Na, ist ein Noob. Der wurde easy gedrackt, Leute. Easy. Ey, dieser Blödmann, ne? Boah, Junge. Direkt back in. Äh, ja? Warte. Drau... Wir können hier nicht drauf, glaub ich, ne? Ne, wir können hier nicht drauf. Nein! Du bist tot. Er ist tot. Aber du hast einen Assist gekriegt. Das heißt, du hast Geld gekriegt. Warum, Bra? Warum? Ich weiß nicht. Ah ja, ich bin gestorben. Aber Bram fiebert genauso mit wie ich. Warum? Ich würd mir als allererstes, statt ein Fünfmal Duff auszugeben, würd ich mir den Zeitstone holen, damit du dein Board ausbauen kannst auf das Red Finkel. Wartet bis am Ende, Leute. Da ist die, die, die weg. Aber die sind die ganze Zeit und so in die Tower am Reinpuschen, dass ich nicht mehr dazu kommen, ein Board zu stellen. Ihr müsst mir eine Chance lassen, ja? Ne, aber die. Deswegen bringt ihr ja Red Finkel Geld. Ja, aber wenn ich hier hingehe und es anborde, dann bin ich tot. Ist das cool. Instant. Tut mir leid, dass ich sie jetzt so runterziehen. Verzeiht mir, Leute. Wir spielen halt nur Botlane, ne? Ich würd dir sagen, Felsen und Lana, das Problem ist, wenn auch Manson von. Ja, ich mach doch hier schon. Mach doch besser. Und du musst die, du musst deinen Trakt... Nein! Du hättest die Grab müssen! Aus der Hulte raus! Und jetzt rennt Mr. Burger weg! Geh weg, geh weg, geh weg! Nein! Jetzt guck den Tower! Ja, ich hab Cooldown, siehst du schon, ne? Ja, ich hab Cooldown! Einfach mach, mach! Ich hab kein Leben, Mann! Ja, dann geh weg, geh weg, geh weg! Hallo? Wo bist du drei, ja? Ich bin noch mit dir dabei. Ja, das ist gut. Das ist okay. Ja, geh... Geh weg einfach, geh weg! Wo ist denn?! Aber die stirbt halt nicht! Ja, sie... Tu irgendwas! Flash E! Flash E! Flash E! Nein! Ich hab doch keinen Schaden an ihr! Nee, aber dann hättest du sie zurückschlagen können! Ja, weg! Nein! Das ist so scheiße, ne? Los! Nette! Scheiße! Du machst dich wahnsinnig! Ich weiß, das ist doch mein Ziel! Ich verpasst nicht! Alter Falter, ey! Ich glaub, ich bin jetzt taub auf meinem rechten Ohr! Leute, das ist alles noch Teil unseres Plans! Habt Geduld! Du hast mir den geklaut! Nein, ich hab den geshared mit dir! Ah, nice! Was? Ja, das ist wahrscheinlich! Was ist das für ein Hurentyp, Alter! Er kommt da an und macht irgendwelche Pistolen-Moves und alle sind tot! Ist doch nicht normal! Das ist doch nicht normal! Das ist doch nicht normal! Nee, das ist nicht mehr normal! Ey, Leute! Der gehört echt! Also, ne? Ich kann so nicht arbeiten! Reportet, Minimum! Richtiger Smurfer, ey! Ich kann so nicht arbeiten, Leute, ne? Das ist klar! Ich hab meine Eins nicht mehr hergedrückt! Ich hab mich gerettet! Alter, das ist doch einfach alles! Sehr gut! Geh einfach weg! Ich hab mich gerettet, Leute! Aber der Pinkwatch steht! Der Pinkwatch steht! Mal jetzt anlacken, dass einfach alle fünf unten waren! Mal jetzt anlacken, dass einfach alle fünf unten waren! Ich bin relativ low, Alter, ne? Schau! Nice! Der hat investiert! Oh, sehr schön! Du hast dem gerade gerettet! Ja! Das war richtig gut! Sehr gut! Oh, jetzt müssen wir abhauen! Klick auf die Laterne! Nee, doch nicht! Ja! Alter, ey! Ich wollte auf die Laterne drücken! Ah, nice! Du hast aber Assists gekriegt! Alles gut! Immerhin! Immerhin! Ich bin halt der Beste! Schokodrops! Sind in den Brownies drin! Muri, sie benutzt dich nur! Sie will nur dein Riesenschwert! Ich wusste es! Danke, Meister! Oh, wenn das wär das Geilste! Oh, das wär so geil, ne? Kann ich den jetzt hier ein bisschen runter... Yes! Leberkäsbrötchen krieg ich gleich! Tschüch! Also die Leute im Chat schreiben, du willst nur mein Riesenschwert haben! Auf jeden Fall! Aber das bringt mir nicht so viel! Achso, du bist ja Supporter, ne? Ja! Ja! Achso, das ist scheiße! Ja! So! Schon! Man! Ich krieg gleich ein Kinn! Ganz ruhig, ganz ruhig! Ich hab ein Leberkäsbrötchen! Oh Leute! Das ist geil! Auf jeden Fall! Hier drauf! Hier drauf! Hier drauf! Weiter drauf! Schön! Das war ein Kill! Ja komm jetzt weg! Weg, weg, weg! Einfach laufen! Okay? Einfach laufen! Einfach laufen! Wir könnten die sogar machen, theoretisch! Lol! Wir haben die gekillt! Achtung! Du hast... Äh... Da! Ich snipe dich! Pass auf! Schön! Der Dodge, Junge! Der Dodge! Kill it! Kill it! Nein! Ja! Ich hab sie doch gekillt! Du hast sie doch gekriegt? Ja! Du hast doch gestorben! Challenger incoming! Ja! Challenger! Ich... Leute! Ich bin kurz vor Diamant, Alter! Ja! Challenger ist noch höher! Ich hab ganz viel Geld zum Ausgeben! 2700! Okay! Du holst hier Infinity Edge! Also Klinge der Unendlichkeit! Hab ich! Natürlich! Und das Schnellfeuergeschütz! Ja! Muss ich erstmal mit Etappen kaufen, glaub ich! Leute! Ich bin dabei! Ich bin dabei! Alter! Mir schreit... Was für ein Essen kommt! Unser Sandwich! Nice! Ich krieg ne Subway-Sandwich gebracht! Warum krieg ich kein Subway-Sandwich? Sabo ist da und bringt Subway-Sandwiches scheinbar! Chillig! Ja, dann müssen wir's jetzt hier gewinnen! Sonst gibt's hier... Hier, komm her! Komm her! Komm her! Nice! Nice! Und weiter geht's! Nein! Ich hab mich verklickt! Nein! Beziehungsweise ich hab mich nicht verklickt! Oh ja! Der hat die Ulti drauf! Da kam so'n Dicker! So'n Dicker! Ja! Ein Stein war das! Die Luxi ist irgendwie ultraschnell unterwegs heute! Jetzt hab ich mir den geilen Revolver gegönnt! Da ist Sabo und Sabo steht da mit meinem Sandwich! Da! Mein Sandwich in der Hand! Freitag ist nämlich Tuna-Tag bei Subway! Ich mag Tuna auch sehr gerne! Ich find das das geilste bei Subway! Wo bist du, Atta? Ich folg dir! Ja! Tu es! Tu es! Der hier, der Stein, ne? Ja! Der kann dich hochknocken! Vor dem musst du immer ein bisschen weglaufen! Das ist ne Lux! Das ist ne Lux! Ich weiß gar nicht wie das Detail so von dem ich den Ohr mal mach! Ey! Guck dir das an! Ja! Der dich weggesnipert! Das war... Immer ich Leute! Immer! Das kann doch nicht sein! Ja! Du bist halt der interessanteste! Ich bin auch direkt weggerackt worden! Lauf! Boah! Alter! Ja! Das war ein Lucian Damage! Ups! Leute! Ich gib auf! Ja die Lux hastig! Die Lux hastig einfach! Ich bin raus! Tod! Die machen halt mittlerweile so viel Schaden! Das ist einfach abnormal! Es macht keinen Spaß als ADC in dieser Season! Nee! Ich merk schon! Ich komm halt auch nicht vor und nicht zurück hier irgendwie! Ich bin LoL-Profi! Ich bin richtiger LoL-Profi! Ich spiel jeden Tag LoL! Ich hab LoL programmiert im Prinzip! Damals im WalkWave 3! Der macht so viel Schaden der Lotion! Das ist abartig! Weiß ich nicht Florien! Schön! WP! Jetzt kommt erst die Donation an! Krass wie spät die einfach ankommt! Jetzt musst du aufpassen, dass du nicht zu weit nach vorne rennst! Weil die möchten dich wieder töten! Das war gut gespielt gerade! Ich hab zwar 2-11-12! Aber es war schön! Schön war das! Schön! Nice! Nice save! Wir machen das hier gerade! Wir rocken das! Wir tönen das! Okay! Ne nä nä nä! Kein Ding! Alles gut! Wir brauchen nicht auch jetzt hier mit ein bisschen drauf bolzen! Wolzen! Ich hab einen Doppelkill gemacht Nice Mann, nice, 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 weiter Drauf, drauf Junge, drauf Junge, vierfach, du hast einfach einen Quadra Alter, ich werd nicht mehr Einer muss ja hier mal was machen in dem Spiel Wir finischen das jetzt Also einer muss ja hier mal Alter, der Mr. More Game, Level 7 Einfach einen Quadra, haut der locker aus dem Handgelenk Ich hab gesagt, das ist alles geplant und ich warte nur bis zum Ende Hat doch am Anfang gesagt Alter Alter, Falter Geh, fucking geh Richtig schönes Ding Warte ab, warte, warte, sonst kommt der Tower und mach dich So, jetzt hier drauf Knalldruck Alles, was du hast Ja, und Ende Ende, 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 Ende Komm schon Nice, easy Da hat mein Superkont, äh, hier, Astkill, ne, also Das war mein Game, ey Best Game of my life Also, bei mir schreiben die Leute, die Phenetic hat schon Anfrage gestellt Einer ist halt der Babo hier, ne, das war halt ich und der, ne, also مشACt на konjunkt, wo ich mich nicht berpbokd das, ne Amy so Von von writers together were habe ich mit Minor og